Hi, so, willkommen zurück zu McPixel. Wunderschön. Wir werden direkt mal von dem Stein zerquetschen. Und dabei ist auch der Dennis. Ja, ich bin wieder dabei, der Dennis. Und wundert euch nicht, ich werde auch ab und zu mit kommenden Videos auch etwas auf dem Kanal hochladen. Also, kommt bald. Und wir nehmen einfach... Nein, warte. Wir nehmen... Warte. Ich will das Kind wieder abstellen. Come back. Okay, warte. Story Mode, wir springen erst mal von dem... Tariq, Mann. Das ist mega unprofessionell. Entschuldige. Okay, wir sind jetzt von dem Typ in den Arsch gesprungen und treten das Handy-Kind jetzt einfach da rein. Okay. Make clear to music. Fangen wir... Oh, ich wusste... Hä? Fünf. Jet. Gold. All round. Okay, nehmen wir das erste. Ding. Ist das neu? Da haben wir ein Update, oder? Ähm, glaub schon. Okay, Boom-Metric. Boom-Metric. Make clear to save the day. Jetzt habe ich ihn in die andere Richtung geübt. Okay. Dennis, du musst mir helfen, okay? Was, 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 was? Okay. Dritte, nimm das Ding und setz das dem Typ irgendwie. Gib das dem Typ. Nicht dem König. König. Das ist so mega süß und behindert einfach nur. Was, hat mir das auch noch geklappt? Okay, warte. Hier ist das nächste. Ähm, wir nehmen die Rakete. Kannte das, aber weiß gar keine mehr, wie. Ja, ja, warte, warte, warte. Und stecken jetzt den Typen... Wir hauen ihn auf den Typen drauf mit der Rakete. Ganz genau, das würde ich auch machen! Gib das einfach mal der Frau. Mach ich sofort. Warte, jetzt kommt erst das nächste. Okay, wir nehmen die Atombombe und reißen die Kabel raus. Mann! Es hat nicht... Alles fliegt in die Luft, aber wir leben noch. Okay. Warte, mit der Brücke das kenn ich noch, mit der Brücke das kenn ich noch. Man muss da einfach diesen Hebel umlegen, achte mal. Oder auch nicht. Wir müssen die Bombe erst dem... Genau. Wir müssen die Bombe erst dem Typen geben. Aber warte, ich sollte mir einen Timer gerade stellen, damit ich weiß, wie lange ich jetzt schon... Ähm, wir nehmen die Zuckerwatte. Und geben sie zu den Typen nach. Und dann nicht. Du ihm. Einmal er lässt ihn für seine Hose. Einfach so, Old Rufferspanel. Dennis, Dennis, was war das? Er hat seine Hose ausgezogen. Okay, wir nehmen das Hühnchen. Und... Und... Packen es auf das... Bombe! Ja! Ey, warte, warte, warte! Das, ähm, das... In der Mitte, dieser Typ, auf der Bühne, das ist aus wie E.T. Ja? Und wir... Gibt das der Frau? Ja, warte. Musst du dir nachher nochmal mal gucken. Okay. Okay, das wird's, ne? Dann gib's dem Typ. Achso! Ach, vielleicht, das wäre nur eine Animation, die Standardanimation. Mann, nein, das geht nicht, okay. Ähm, was machen wir jetzt? Wir nehmen den schlafenden Typen und stecken den da rein. Genau, wir stecken den Typen einfach durch das Loch durch. Wie? Der Arme. Wie? Oh! Hilfe! So genius! Okay. Mach dein Handy leise, du Schantaner. Wir nehmen die Bombe und machen das dann da. Und... Ja! Der Arme, Mann! Das... Das Spiel ist so böse! Das Spiel ist so scheiße böse! Okay. 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 Hm... Wir nehmen die Ballons. Und nehmen die... Wir fliegen weg. Ganz klar. Warum nicht? Ey, vor allem achte mal oben rechts. Hast du oben rechts gesehen, die Achterbahn, die immer weiterfährt, obwohl er schon noch drin ist? Äh, ne. Kann ich mir auch später ankommen. Dann gibts den Typ jetzt. Wir nehmen die Rakete und geben es dem Typen. Das war doch richtig! Ja, das war die einzige Lösung, genau. Okay. Okay. Gehen wir am PC. Machen wir den PC. Jetzt auch nicht so. Ich dachte mir das mal... Schade, das wär so geil gewesen. Okay. Was muss man hier verdammt nochmal machen? Okay, wir touchen jetzt einfach mal neben den Clown an. What the fuck? Das ist die Bombe, weißt du. Ja, kann man ja nicht. Man kann ja nur eins machen, bis der Clown an die Bombe sind. Ja, der... Also, okay, der Clown an die Bombe. Alles klar. Okay. Was machen wir jetzt? Ähm... Den Typen. Vollpasst, dreht den Typen. Nein, den Typen in die Bombe! So. Okay. Jetzt... Was? Was? Ich könnte... Okay, ich... Hä? Der Clown... Der Typ, der Typ, der Typ, der Typ! Der Typ, der Typ, der Typ... Sheh, 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 sheh. Hey, man.... Alter... Was zum Teufel? Was bringt das? Mann! Was ist hier die Lösung, man? Okay... Kannst du mit dem Schildding was machen? Nee. Ne, geht ja nicht. Die Ballons nehmen und dann den vielleicht... Geh... geht ja nicht! Ich hab die gar nicht dem gegeben! Mann! Ey, ich check's grad nicht. Gib mal die Dings dem Clown, dem Popcorn. Ja, dann mach der seine Hose runter. Zack, Hose runter. Dann kannst du die Ballons nehmen? Ja, aber dann flieg ich direkt weg. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kombiniere, kombiniere. Ja, ja, ja. Hey! Man muss einfach auf die behinderten Dinge kommen. Ich fühle mich gerade richtig dumm, ey, weißt du das? Ich fühle mich gerade richtig, richtig dumm. Chapter 2, Round 2, Baby Boom. Baby Boom? Mac Pexel saved the day. Mac Pexel saved the day. Mac Pexel saved the day. Okay, im Baum, im Baum, im Baum. Wir nehmen den Vogel und packen den da drauf. Ja, lecker. Warum muss ein Baum explodieren? Dennis. Der hat sich eigentlich programmiert. Der hat auch einen Schaden. Wir nehmen die Waffe. Wir fließen. Geben sie den Typen. Wow! Okay. Guck mal, sind wir nicht sexy? Giraffen! Giraffe! Mein Lieblingstier! Ach, wie süß! Deine Baby Giraffe! Nein, ich fühle nicht weh. Wenn dir weh tust, ne? Du Arschloch. Giraffen sind einfach das Tollste, was... Oh Gott! Okay, was müssen wir machen? Nimm den Mülleimer. Nimm den Mülleimer. Einfach... Einfach wieder so mega behindern. Einfach auf den Kopierer setzen. So, was denn... Was hat der Tiki? Okay. Wir nehmen den Fernseher. Wir werfen den aus dem Fenster. Genau. Aus der Tür. Gib ihm die. Was ist das? Oh mein Gott. Ey, was... Was? Oh Gott. Okay, warte. Nicht das Feuer löschen. Ja... Genau, McPixel. Genau. Anstatt das Feuer zu löschen, braten wir einfach den... Feuerlöscher. Hätte es den Typen geben müssen, einfach. Ja, ich weiß. War zu simpel. Warte, 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 warte. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Es war richtig. Wieder einfach mega behindert. Achtung mal das UFO. Hä? Lording failed. Haha. Hä? Aber simpel. Man muss jetzt einfach nur die Tür aufmachen müssen. So, jetzt muss ich den auch noch richtig machen. Dann hab ich's. Okay. Gib dem dem Typ. Warte. Nein! 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 Ich sterbe. Ich hab meine Maus jetzt gerade ultralang gezogen. So, da gibt es den Typ. Hier, 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 hier. Ich glaub ich muss das Feuer nehmen. Ja klar, wir nehmen das Feuer in die Hand. Ich wette, dass es klappt. Okay, warte. Ich hab ne Ideen. Wir nehmen die Pflanze. Packen die da rein. Ja. 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 Okay. Wir nehmen den Typen. Nehm das Feuer. Feuer. Nehm das Feuer. Ja. Ja, genau. Leg die auf das Feuer. Ja. Ah. Genau. 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 Ah. Ach, Mann. Schwert mich. Aber immerhin das hat nicht so lange gedauert wie das davor. Jetzt ist das unterste und dann darfst du in das goldene. Hab ich recht? Ja, wahrscheinlich. Oh, Fußball. Super. Chapter 2. Ach, man muss immer von unten oder so. Ich fange mal beim letzten Kapitel damit an. Ich bin richtig behindert, was das angeht. Ich bin ein richtiger behinderter Opa. Wir nehmen die Hose. Nein, wir nehmen den Torwart. Wir haben den Mittelfinger gezeigt. Oh, Mann. Oh, mein Ort tut weh. Super. Erstmal Supermarkt. Hm, Games at V. Nee, das bringt ihn, glaub ich nicht. Die Titten sind explodiert. Die Titten sind... Alter! Wo es jetzt nicht so ganz auf was die Titten nur den Bauch darstellen soll. Das war die Titten, Dennis. Okay. Wir nehmen die Seife. Und machen dann den hier. Da war nix geworden. Ich versteh nicht gern als Männer mit der Seite. Ja, ich versteh gern. Hallo? Warte, ach, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, das weiß ich noch. Man muss den Arm da reinpacken. Wow! Nixe. Da kam was weißes raus. Da kam was weißes raus. Ich glaube, das war doch falsch was zu gemacht. Oh, ja. Wir nehmen den Angeln. Wir wollen durch das Loch. Das Boot fährt einfach weiter. Ja, das Pferd ist auch weiter, weil zu kommen wird zu kommen. Ja, Mann, acutee. Warum geht auf dem Kopf? Ja, ich sag's. Und ist doch nach wie vor, weil zu bleiben, wenn uns ein wichtiger Punkt auf dem Handy fährt, wo wir noch einen Scheiß zu kaufen, wird es sich noch mal richtig gefahren. und gerade ist ein Brüche gerade die 40 Fp ist noch 30 nicht viel gebracht Köln okay warte irgendwas muss man das war die Faust mann immer der Arme Arme ich weiß ich muss um die in den Armustig im Zoll jetzt aus die Bombe aus dem Loch wir trinken die Bombe aus wir trinken die Bombe einfach aus aber wir haben gepackt aber wir haben die Bombe ausgetrunken und hier muss man was ganz behindertes machen hier musste man da loading space hh genau erstmals Space in Waders starten äh wir nehmen jetzt die Bombe ja genau einfach rauswerfen die Bombe bzw die Bombe sind okay wir nehmen die Bombe aus dem Fenster oben NIIIIINE Ich hab dagegen getreten mann Chööööl den ok wir nehmen den Arm ultim hey Sir, do you want yourina und er hat die die Fahrt RR er hat der Dörter der Dörter der Dörter jetzt sollten das wollen auch noch zu Ende dann das stand das nächste noch weiter ist einfach wieder rein wir zocken einfach ganz mehr Pixel durch ja ne jetzt nicht in einem Part ach shit, was macht das? ich freue mich, ich will auch nicht so lange, ok, wir nehmen den Typen dann kriege ich deinen Account da und spiele das dann auf meinen Account Alter du hast jetzt auch gerade gesehen, was der gemacht hat, ne? ja, der ist drauf gesetzt mach ich aber auch immer, wenn ich duschen gehe wir machen das hier allerdings, du wirst das aus dem Fenster Mann, sag ich ja eben schon wir haben doch einfach das Alien aus dem Fenster ne, ich geh jetzt erstmal so zum Alien trittest den da ist auch diese Platte wieder unten siehst du die? Ayo! Danke, Mann! wir haben das Feuer wieder ausgepilbt oh, so oh, so oh, so nein, jetzt können wir da rein, endlich nein, ich muss alle auf Gold machen was? ja aber ich würde mal sagen, das machen wir dann im nächsten Part, denn das ist schon irgendwie 13 Minuten und so und ich würde mal sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat genau und wir wünschen euch noch einen angenehmen Tag und ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, tschüss! so, herzlich willkommen zurück zu boah mach das bitte neu das lass ich jetzt so drin nein das ist mega unprofessionell das lass ich das lass ich jetzt so drin bitte nicht ich lass das so drin, du kannst dich ja, ich lass das so drin oh, come on